Heißer Atem, hier, roter Drache, geeignet für Gezeiten, Zackenbarsch und Wennerslachs. Ah, ah, okay, dieses Symbol ist also für die, für die Angelköder. Versteh, versteh, versteh. Vielleicht heißt das ja, wir können hier irgendwo am Flusssee, wie auch immer, wenn es dir sowas gibt, sicherlich, äh, den Fisch angeln. Halt, 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 da. Superdrank. Oh, und da unten ist auch gleich der Jagdauftrag. Achso, gehen wir zuerst zum Jagdauftrag. Na gut, warum auch nicht? Hä, ist das schon was? Ne, das ist doch bloß ein Warp-Punkt. Punkt, Warp, Punkt, Warp, Punkt, Warp. Ich glaube, da brauchen wir die große Waffe für. Jawohl. So, Gladio, zeig mal, wo der Hammer hängt. Also dann. Leg los, Ponto. Unmöglich. Ah, verdammt, 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 verdammt. Ach, so schnell kannst du ja gar nicht drücken. Ignes sieht nicht besonders fit aus. Das ist in der Tat, oh Gott, oh Gott. Er braucht aber ein Elixier mittlerweile. Sonst bräuchte ich nämlich eine Phönix-Feder. Oh Gott, jetzt brauchen wir einen Heiltrank. Und? Wosch. Pow. Wow. Eieieiei, schon wieder brauche ich einen Heiltrank. Promto wird von Gladio geholfen. So, lass uns mal Igis markieren. Lass mich loslegen. Wie schreckt ihr das? Verschwindet. Ach, jetzt. Los geht's. Einmalig. Aufpassen. Sonst war's das für uns. Noch geschehen. So, Gladio. Wieder rein. Metzl. So, der eine muss ja gleich hier sein. Jawohl. So, Gladio hilft Promto. Ach so, ich brauche einen Heiltrank. Oh Gott, Gladio brauche einen Heiltrank. Und Promto eigentlich auch. So, alle wieder am Start. Nein. 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 Wow. Jawohl, nochmal. Jawohl. Da komm, ist der Letzte. Ja. B-S-S. Wow. Jawohl. Und noch ein Sieg. Der Kampf war einseitig. Was? Ich fand ihn ziemlich schwer. Aber okay. B-S-S. Nicht schlecht. Bronze Reif. Einmal gefunden. Und hier hinten muss es noch irgendwo... Ah. Einen selteneren Gegenstand geben. Dynamo. Mal eins. Ah, dann seht ihr mal. Können wir hier auch hinter dem Wasserfall laufen. Ach, da hinten sind wieder solche Viecher. Ich hoffe mal, wir können dann vielleicht da durch irgendwie... In Ernst jetzt? What the fuck? Machen wir Licht. Stufe 54, Midgard Sommer? Was? Nä. Komm, lass mich abhauen. Wir können nicht mal hier durch. Schildschere. Kann ich die umgehen? Ich bin jetzt nicht aufgelegt hier. Ewig zu kämpfen. Es ist schon dunkel. Verdammt. Vielleicht hätten wir nicht jetzt hierher gehen sollen, wenn es schon dunkel ist. Oh, hier haben wir was. Mega Phönix. Hä? Hinter dem Wasserfall. Geht's hier nicht lang? Jetzt seh ich hier natürlich wieder auch so schlecht. Da ist schon wieder finster wie ein Bärenarsch. Wird aber vielleicht... Leute, bleibt wachsam. Leckt mich Feinde. Ich glaub, hier oben geht's lang. Ob das wohl der Wasserfall ist? Nachgucken kostet nichts. Sieht nach nem Weg aus. Sieht gut aus. Sieht echt gut aus. Hey, das riecht nach Eingang. Vielleicht ist an der Legende ja echt was dran. Dungeon-Grayshire-Krotte. Ganz schön frisch hier, was? Hat jemand nen Schal? Heul nicht so rum. Wirst schon nicht sterben. So, und ich hoffe, dass jetzt hier die Nacht natürlich... Bei der Kälte gibt's doch bestimmt keine Sicher, oder? Glaub kaum, dass die sich an der Kälte stören. Vermutlich nicht. Vielleicht sind sie ja eingefroren. Tief gekühlt. Aber nur so lange, bis sie plötzlich auftauen. Och, Mensch, Gladio. Wow. Aufklingen. Okay. So, ich hoffe natürlich... Beobachte die Belegenden deines Gegners rum. Ja, ja, ja. Und sei vor allem... Ach, da ist noch einer? Zeit, gute Nacht zu sagen. Okay. Aua. Mensch. CCS. Hier geht's nicht rein, oder was? Ach, da oben. Ah, okay, da kommen wir vielleicht zurück. Ähm, da liegt auf jeden Fall was. Ich würd' sagen, hoffentlich macht jetzt die Nachtzeit nix aus in der Höhle hier. Wow. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Ach, du Heiliger. Wow. Wow. Ah, die sind überall hier. So. Prompto, mach mal hier eine schöne... Schöne Kombo. Jawohl. BBS. Ah, da hinten liegt auch noch was. Was haben wir denn da? Heiltrank. Können wir auch immer gebrauchen. Schade, dass man das hier nicht aufbrechen kann und da noch was finden kann. Ich will immer finden, finden, finden. Ich kann die genug finden. Ich hasse auch Kälte. Daraus ist ein Metallstück, jawohl. Da können wir wieder aufrüsten bei Sid. Oh Gott, jetzt geht hier die Rutschpartie schon wieder los wahrscheinlich. Wow. Wow. Alter. Alter. Wow. Ach, du Heiliger. S.D.S. S.D.S. Das könnte auch noch schneller gehen. Okay. Ah, guck mal, hier können wir Eisenergie absorbieren. Wer hätte es gedacht. Dass es hier Eis zum Absorbieren gibt. Wie lautet der Plan? Ach. Ja, Imps. Ich umgehe sie und greife von hinten an. Ich umgehe sie und greife von hinten an. Los jetzt! Ich schmecke mir zu ziehen. Das Lichtmacher ist da. Willst du mich umbringen, Mann? Ja, der geht ab. Ja. Der geht ab. Der geht ab. Okay. Okay. Ah, da liegt wieder was. Sternenanhänger. Also bei der Höhle hier habe ich echt nicht viel Peilung. Man muss dann auch ganz genau aufpassen, wo man lang geht. Das müsste es irgendwie ein bisschen markieren. Damit man weiß, wo man schon gewesen ist. Achtung, nochmal solche Viecher. So, dann haben wir hier noch was. Versteinerte Muschel. Okay, das heißt, wir müssen hier hoch. Da kommen wir wahrscheinlich nicht hoch, weil es zu glatt ist. Okay, dann müssen wir hier hoch. Achso, das hatten wir schon. Dem Eiselement. Da drüben ist Feuerelement. Wie komme ich denn aber da rüber? Da ist die Stelle, wo wir runtergefallen sind. Irgendwo muss ich doch hier. Ach, hier. Na gut, passieren wir die Stelle mal. Nicht ausrutschen. Schön langsam. Schaffen wir. So. So, wäre passiert. Sogar Feuerelement gibt es hier drin. Ja, wer hätte es denn gedocht? Was gibt es denn hier oben? Wow. Sieht ja echt imposant aus. Wow. Oh Gott, ist die ja noch runtergefallen, oder was? Aua. Na toll. Blödes Viech. Blödes, abgelutschtes Viech da oben. Kann mich jetzt nicht da hoch teleportieren? Mann, jetzt muss ich wieder den Weg laufen. Wegen diesem blöden, abgelutschten Viech. Da war ich doch schon mal. Irgendwie sind ja komische Geräusche in dieser Höhle. Ich möchte erstmal hier hinten gucken gehen. Ich glaube, hier hinten waren wir noch nicht. Vielleicht finden wir hier auch noch was Interessantes. Also ganz okay, dass wir da nochmal runtergerutscht sind. Ach. Ach, erschrickt man hier ständig. Wow. Schöner Sprungangriff gewesen. Faraden-Kombo, cool. Das war einfach perfekt. Kann nur zustimmen. Naja, perfekt ist was anderes. Aber es ist wohl nicht schlecht. Es war nicht schlecht. Nicht schlecht. So, können wir jetzt hier oben durchkriechen? Wo kommen wir dann hin? Nicht, dass das dann der Weg zurück ist. Deine Frise ist eingefahren. Was? Echt jetzt? Echt jetzt? Ganz entsetzt erstmal. Ich glaube, das ist der Weg zurück zu... Wow. 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 Voll auf die Fresse wieder. So, gehen wir jetzt mal hier wieder lang. Halt da. So, bitteschön nochmal auf die andere Seite. Bleiben bitteschön die anderen. Die haben wieder nicht gecheckt, dass ich jetzt wieder da runtergerutscht bin. Weil ich festgestellt habe, dass wir zuerst runter müssen. Und dann hoch. Wo ist jetzt das blöde Spinnenviech? Dem zeige ich es jetzt. Wow. Wow. Die von da ganz schöne Angriffe raus. S, D, S. Vorwärts. Hätte auch besser sein können. So, super Elixier. Achtung, hier kann man runterrutschen. Wir müssen uns vorsichtig hier entlang begeben. Achtung, überall rutsch ich. Ähm, waren wir hier nicht schon mal? Ich möchte jetzt nicht da runter. Ich glaube, wir müssen hier runter. Was? Ach, schon wieder so eine. Boah, schöne Konaten-Kombo. Nimm's mir nicht, wie schmeckt dir das? SCS. War nicht schlecht. Elixier. Ah, ich glaube, hier hinten kommen wir wieder hoch. Okay, ich glaube, wir müssen jetzt hier entlang schleichen, oder? Bitte rutsch nicht runter, meine Kollegen. Oh. Sorry, Gladio. War auch meine Schuld, nicht nur deine. Wir müssen da hoch. Ich müsste doch hier... Ähm, sag mal, Noct. Ja. Du hast dich verlaufen, nicht? Kein Kommentar. Also, ich hab die Orientierung schon lange verloren. Ähm, ja, ich geb's zu. So ein bisschen hab ich mich anscheinend verlaufen. Aber wir finden schon noch einen Weg, wie wir... ...da hinkommen, wo wir hinwollen. Oh, da hinten liegt wenigstens noch was. Das ist ne Sackgasse. Ein Drachenzahn. Ja, heiß. Nee, Sackgasse. Was auch sonst. Nee, dann war das hier doch schon einigermaßen richtig, der Weg. Dann müssen wir da wieder zurück. Dann ist das tatsächlich ne Sackgasse, wo wir hier runtergegangen sind. Dann ist es tatsächlich ne Sackgasse. So, das heißt aber, wir müssen erst einmal hier wieder zurück. Wir müssen da... ...wieder zurück. Oh Gott, oh Gott. Wir dürfen jetzt, glaube ich, nicht runter. Wir müssen versuchen, immer höher zu kommen. So, wir müssen erst einmal wieder zurück zum Feuerelement. Hier oben hatten wir ja die Spinne platt gemacht. So, ich glaube, hier oben lang vielleicht. Ja, gut, dann lassen wir die Viecher platt. Ja! Glario! Los! Ade! outrageousile ige